Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Familie von Revolt Zombieland. Ihr wollt mehr sehen und meine Zukunft in Let's Plastic verpassen? Und dann abonniert doch meinen Kanal. So, das Ganze läuft wieder. Nice. So, wir schaffen einen kurzen Weg. Wird da besser getroffen. So, du bist fertig. Dauert's noch überall. Was sonst alles cool? Da ist der Mob wieder unterwegs. Der Uran-Arter. Gut. Kälteeinbruch steht an. Es ist sehr kalt. Aber die Lagerfeuerchen, die heizen wenigstens richtig ein. So, zwingen wir ihn mal. Soll er mal ein bisschen Dampf drauf geben. Kriegen wir das Ganze schon in den Griff. Ja, alles cool. Es wird alles schön. Passt auch. So. Wie machst du das noch? Das restliche Bauvorhaben auch bald abgeschlossen. Es ist früh. Telehealth. Wie schaut's aus? Alles cool. Dann komm her und mach da drüben das fertig. Das passt. Hingeschlagen. Kein Ernst. So. Was hatten wir hier für Böden? Ah, grüner Teppich. Das war's. Hm. Es bleibt gespannt. So sind wir ein. Zzzzzzzzzz. Jawoll. Passt. Gut. Abgeschlossen. holz passt noch ja durch den bau ganze lagerfeuerchen ein bisschen weniger geworden aber egal was das so das könnte mal wieder spannendes passieren wir haben hier noch den rest durch noch eine drunter lehnen beiden betonplatte drauf zwei kolonisten und tätig na so was aber noch mit splitter ein mini geschütz brandgeschoss so shotgun mp haben wir noch die mps umiko bewegen ist 96 send man muss noch ein bisschen low unterwegs dann greift mal zu den splittern pistil pampe steroid barbara Noob. Noob, komm. Das wird deins noch. Gut. Das passt. Sauber machen könnt ihr mal wieder. Das ist sehr dreckig. Oh, kein Bock mehr. So, dann gucken wir mal so mit dem Auge drüber. Alles cool, alles cool. Passt. Nice. Haben wir da halt nochmal... Tudududu. So. Dann... 1, 2, 1, 2, 1, 2, hier. Kommt das Ganze... Ah, sehen wir dann. Wir gewähren Sicherheit. Wo ist die Besuchergruppe? Uh. Boah. Wunder, dass dir nichts passiert ist. Das war knapp, würde ich mal sagen. Ja. Wollen wir noch Strom... Achso, hat er ja. Passt. So. So, Columbus... Funk mal an. Das war ein Großhändler. Das war ein Großhändler. Ich finde, das habe ich selber zwei Stück. Ein Großhändler. Okay. Okay. Aufgabe... Das. Aufgabe... Switch. So. Kommt ein paar Überlebensrationen an. Oh, da kommt ein Mob. Von unten. Okay. Stoff ist jede Menge noch am Start. Okay. Das Lager ein bisschen leer machen. Da gucken wir mal. Inventar, bloß Pemmikon. Du bist der King im Ring. Ah. Auch nicht so very viel. Bio... Name, Ente, Stumhocker. Arbeiter, Arbeiter, 37. Kurzschleifer, gruselige Atmung, Feitling. Und ich körperere es schwaches Immunsystem. Du bist auch alt. Stumm. Oh, Mann. So, da kommt mir eh nicht in den Griff. Batterien haben leichten Überschuss. Installieren wir dich. Hier von mir aus. Okay. Die Arbeit erfolgt bereits. Dann komm doch her und reparieren. Okay. Gut. immer stück für stück so wer kommt da an welchen da kommt an genau kettin reaktion passt der kalt der woche ist vorbei schön ja komm mit passt das schon schreien machen wir die türe zu und ihr könnt wieder tun was ihr wollt das heimatgebiet wird weniger kommst du zu, du kommst weg herrlich weg passt 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 gas drauf so dann ist hier überall warm das ist doch schön die unterhalten sich kräftig ein dach einsturz da wird das auch weniger gut 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 high-tech hi-tech ki-kern ja ja rasch alles zu weit weg so so immer noch ein plus 140 im plus das ist doch schön gut gut so was kostest du granit 70 hab ich nicht mehr so viel wieder ein dach ein stürz das wird nicht besser mit euch und oben wäre noch stahl zum abbauen gut gut drittes trimester tierchen wie lange noch vier tage ok 8 grad im freien puh ist aber sehr gut warm es braucht die heizung an watt 18 wenn wir mal das feuer weg gut es kostet mich eine 50 stahl das ist hart ja regen draußen ist eh warm nicht mehr so 2 10 12 12 13 15 15 17 Okay, wie groß ist denn das Vorkommen hier oben? Uh, okay. Da steckt die Gegenstände, cool. Was haben wir hier? Ein Schildgürtel, meisterlich. 15 Alphabieber. Okay, passt. Ja, dann machen wir es gleich. Karawane erstellen. Sendman ist am Start. Umeko ist am Start. Columbus muss forschen. Steroid. Und der Nub. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt ein Tierchen noch mit. Dann ein paar. Ja. So. Das ist hier. Dann haben wir noch Kräutermedizin. 10 Stück. Ja, und dann sagen wir, wäre die Route hierher. Ah. Kochen, 6. Okay, dann kommt Vichitao noch mit. Sturmgewehr. IP, Sturmgewehr. Und annehmen. Bestätigen. Gut. So. So. Passt alles. Ihr könnt hier raus. Okay, ein E. Hier unten irgendwo wieder raus. Aber das ist alles im Griff. Was machst du? Irgendwelche Dinge. Egal. Nächste Folge sehen wir, wie sie los sprinten. Und an dieser Stelle heißt es wieder. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.